Zwischen dem Schlossberg und dem Inn eingebettet liegt Rattenberg. In vergangenen Zeiten war der Ort Umschlagplatz für Waren der Inn-Schifffahrt und Zollstelle an der Grenze zwischen Bayern und Tirol. In Felsen eingebaut ist dieses Haus eines der meist fotografierten Motive in Rattenberg. Wer heute die kleinste Stadt Österreichs erkunden will, kommt an dem Handwerkskunstmuseum Nagelschmidhäuser nicht vorbei. Genauso wenig wie am Augustinermuseum. Ein Spaziergang durch die engen Gassen beweist, warum Rattenberg auch als Glasstadt bezeichnet wird. In der Kristallglasbläserei Kisslinger beispielsweise werden 400 Kilogramm Kristallglas täglich verarbeitet. Glas ist einfach ein flüssiges Material, von der Konsistenz zu vergleichen mit Honig. Es füllt sich praktisch irgendwo im flüssigen Bereich, also zwischen 1200 und 700 Grad ist es flüssig. Da hat der Glasmacher dann die Möglichkeit, das in die gewünschte Form zu bringen. Er bedient sich nach wie vor immer an den alten Werkzeugen, diverse Zangen und Formen scheren. Und dann auch, wenn es ein bisschen genauer sein muss, auch mit diversen Formen aus Buchen, Birnen oder Kirchenholz. Letztendlich der Start ist dann bei 700 Grad oder 680 Grad und da soll es dann eigentlich fertig sein. Und wenn der Artikel dann fertig ist, dann muss man ihn umgehend in den Kühlofen reingeben. Das heißt, der Kühlofen hat immer noch 600 bis 620 Grad und da wird es langsam entspannt. Musik Zurück in den mittelalterlichen Gassen entdecken die Besucher auch die Kaffeehaus-Tradition in Rattenberg. Besonders bekannt ist dabei der gezogene Apfelstrudel. Der Teig dafür wird am besten schon am Vortag zubereitet. So ist er elastischer, denn... Letztendlich muss er so dünn sein, dass man darunter lesen kann, denn er sollte sich dann beim Backen zwischen den Äpfeln fast auflösen können. Wesentlich für den Apfelstrudel ist jedoch die Füllung. Und die besteht aus gerösteten Hasel oder Walnüssen, Zimt und Zucker, in Ruhm gelegten Rosinen, Semmelbröseln und fein geschnittenen sauren Äpfeln. Musik Die eine Hälfte des Teiges wird mit Butter bestrichen, die andere mit der Füllung belegt. Bevor der Strudel in das Backrohr kommt, wird er noch mit Butter bestrichen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß zu Hause beim Nachmachen und natürlich guten Appetit. Gestärkt geht der Spaziergang durch Rattenberg weiter. Dabei fällt der Turm der Burgruine ins Auge. Kulisse und Freilichtbühne der alljährlichen Schlossbergspiele. Wir sind ein Amateurtheater. Das heißt, die Schauspieler bekommen keine Gage, sondern die machen das aus Spaß. Das ist ihr Hobby. Und wir spielen immer im Sommer. Jedes Sommer gibt es eine neue Produktion. Und heuer werden wir 60 Jahre alt. Nenigster Herr, was wird das Ende sein, als dass es eine Mut und Tapferkeit wie Trägerruhe im wollnustigen Schlagverwechsel. So, heute ist übrigens Theatertermin. Ich muss jetzt schauen, dass ich weiterkomme. Ich hoffe, dass das Wetter heute hält und dass viele Zuschauer kommen. Tschüss. Musik